König Charles hat keinerlei Beziehung zu Archie und Lilibet, doch das will der König jetzt endlich ändern. Was bedeutet das für sein kompliziertes Verhältnis mit Harry? König Charles, er will endlich in Lilibets und Archies Leben stattfinden. Seitdem Archie mit seinen Eltern Harry und Meghan in Kalifornien lebt, bekommt König Charles seinen Enkel nicht mehr persönlich zu Gesicht. Lilibet soll er generell erst ein einziges Mal gesehen haben. Der Kontakt des Königs mit seinen Enkelkindern beschränkt sich einzig auf Telefonate. Doch das reicht ihm nicht, er möchte endlich eine Bindung zu Archie und Lilibet aufbauen. Der König sei eifriger denn je im Leben seiner entfernten Enkelkinder präsent zu sein, erklärt eine Quell gegenüber Delimel. Der König ist absolut entschlossen, im Leben all seiner Enkelkinder präsent zu sein. Er schätzt die Familie über alles, und wie auch immer die Beziehung zu seinem Sohn verlaufen wird, er würde sich niemals damit zufrieden geben, seine Enkelkinder nur ab und zu per Videoanruf zu sehen. Keine Bindung zu Harrys Kindern, die größten Leidtragenden in dem Streit zwischen Harry und Charles sind eindeutig Archie und Lilibet. Letztere wurde erst vor wenigen Tagen drei und schon wieder musste sie ihren Geburtstag ohne ihren Opa feiern. Auch als der Exilprinz kürzlich im Zuge der Invictus Games in seiner Heimat war, hatte er seine Kinder nicht dabei. Dabei hätte Charles sich über ein Wiedersehen definitiv gefreut. Was den 75-Jährigen besonders schmerzt, im Gegensatz zu den Kindern von William hat er zu Harrys Kids nahezu gar keine Bindung. Manche mögen sagen, dass er sich mehr Mühe hätte geben und die Hand hätte ausstrecken sollen. Ich weiß, dass er viel Zeit mit Williams Kindern George, Charlotte und Louis verbringt, wenn er die Gelegenheit dazu hat. Und ich bin sicher, dass er genauso viel Zeit, mit Archie und Lilibet, verbringen würde, wenn er könnte, wenn Harry und Meghan in England leben würden, aber das tun sie nicht, so ein weiterer Insider gegenüber Mira. Stellt sich nur noch eine Frage, wie soll Charles' Wunsch in Erfüllung gehen? Eine zeitnahe Reise nach England ist von Harry derzeit nicht geplant und eine Reise von Charles nach Montecito ist mehr als unwahrscheinlich. Denn dass er dort nicht erwünscht ist, hat gerade erst Lilibets Geburtstag gezeigt.